Wozu ist nun die Laplace-Transformation gut? Was ist der Sinn und wo ist sie uns behilflich? Mit Hilfe der Laplace-Transformation kann man eine zeitabhängige Funktion in den sogenannten Bildbereich umwandeln. So wird beispielsweise aus einer Funktion u von t die Bildfunktion U von s. Oder zum Beispiel wird die Funktion g von t in die Bildfunktion g von s transformiert. Wenn man auf ein LTI-System, gekennzeichnet durch die Impulsantwort g von t, ein Eingangssignal, zum Beispiel u von t, gibt, dann erhält man ein Ausgangssignal v von t, welches sich aus der Faltung von u von t mit der Impulsantwort g von t ergibt. LTI-Systeme, für die das hier Besprochene gilt, sind lineare, zeitlich invariante Systeme. Sie werden auch LZI-Systeme genannt. Zeitlich invariant heißt, dass das Systemverhalten von der Zeit unabhängig ist. LTI-Systeme zeigen also zu jeder Zeit das gleiche Verhalten bei gleicher Eingabe. Sie hätten beispielsweise zeitlich invariantes Lernverhalten, wenn Ihr Lernerfolg identisch ist, egal ob Sie morgens oder abends lernen, bei natürlich demselben Lerninput. Okay, das Ausgangssignal v von t ist also gegeben durch die Faltung von u von t mit der Impulsantwort g von t. Das Symbol der Faltung ist ein Sternchen. Das ist also nicht zu verwechseln mit der normalen Multiplikation. Eine Faltung ist ein mathematischer Vorgang, der für die Faltung zweier zeitabhängiger Funktionen oder Signale beliebig kompliziert oder schwierig werden kann. Daher arbeitet man bei der Beschreibung von LTI-Systemen sehr gerne im Bildbereich. Hierbei wird zur Beschreibung des Ausgangssignals V von s nämlich ganz einfach multipliziert, also mal genommen. Und zwar ist nämlich V von s gleich u von s mal g von s. Wir haben es also hier mit einer simplen Multiplikation zu tun. Wir sparen uns dadurch die doch sehr komplizierte Faltung. Groß g von s ist die Übertragungsfunktion des Systems. Also so ein LTI-System lässt sich durch die Übertragungsfunktion beschreiben. Wir bekommen die Übertragungsfunktion durch die Laplace-Transformation der Impulsantwort g von t. Und Groß u von s ist die Laplace-Transformierte des Eingangssignals u von t. Die Vorgehensweise ist also immer wie folgt, wenn man ein Eingangssignal und die Impulsantwort eines Systems im Zeitbereich vorliegen hat. Zunächst einmal transformiert man sowohl u von t als auch g von t in den Bildbereich. Dadurch bekommt man dann u von s und die Übertragungsfunktion g von s. Anschließend multipliziert man diese beiden miteinander und erhält dadurch Groß V von s, also das Ausgangssignal im Bildbereich. Und im letzten Schritt transformiert man das nun zurück in den Zeitbereich. Das ist die sogenannte inverse Laplace-Transformation. Und so bekommt man das gewünschte zeitabhängige Ausgangssignal v von t. So erspart man sich die aufwendige und oft fehleranfällige Faltung im Zeitbereich. Auch beim Lösen von Differenzialgleichungen spielt die Laplace-Transformation eine große Rolle. Und zwar speziell für lineare, gewöhnliche Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Hierbei wird wieder zunächst die Differenzialgleichung, die man ja im Zeitbereich vorliegen hat, also als Funktion von t, wird in den Bildbereich transformiert, so wie hier jetzt in diesem Beispiel dargestellt. Anschließend wird nach Groß F von s umgestellt. Also man bekommt dadurch dann die Bildfunktion. Im letzten Schritt wird dann wieder zurück in den Zeitbereich transformiert, mithilfe der inversen Laplace-Transformation. Das stellt also eine gute Alternative dar zu den anderen Lösungsverfahren für Differenzialgleichungen, wie zum Beispiel die Trennung der Variablen. Also die Laplace-Transformation scheint zunächst erst einmal abstrakt. Sie ist auch nicht so gut intuitiv vorstellbar, wie zum Beispiel die Fourier-Transformation. Aber wenn man das einmal gemacht hat, wenn man also die Laplace-Transformierten vorliegen hat, man hat es dann relativ einfach, zum Beispiel ein Übertragungssystem zu beschreiben und beispielsweise das Ausgangssignal zu berechnen aufgrund des Eingangssignals und der Impulsantwort des Systems.